Der in den USA inhaftierte Reza Sarab ist inzwischen Kronzeuge. Jetzt sind die Details zu der Zusammenarbeit zwischen der New Yorker Staatsanwaltschaft und dem Geschäftsmann bekannt geworden. Demnach haben Sarab und seine Liebsten Anspruch auf das Zeugenschutzprogramm, wenn Gefahr für sie besteht. So könnten auch die Namen der Betroffenen geändert werden. Als Gegenzug hat sich Sarab verpflichtet, umfassend mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Sarab wird zudem nicht nur seine Straftaten zugeben, sondern auch über die Straftaten anderer, von denen er weiß, umfangreich berichten. Sollte die Staatsanwaltschaft befragen wollen, muss der Geschäftsmann auch immer zur Verfügung stehen.